weiter geht's ja direkt hier an der Front der Redemdruf zu was soll ich machen ich kann ja nicht so ein großes Weißen aber gut verheiratet ich habe gerade geflottet warum konntest du mich treffen das ist ein Mensch und ich dachte gerade was soll ich eigentlich machen aber den Typen da oben beklatschen okay wir sollten die seine Tüten beschützen glaube ich nein ich habe ihn gerade getötet ich glaube ich soll mir das Teilnehmen wenn wir nach vorne gehen das als Menschen die oder doch bleibt doch nicht oh Gott die Menschen voll nützlos koppeln hier auch durch die Gegend falls du was nicht siehst ich sehe es oh Gott ich sterbe gleich by the way 3,2, wir müssen einen Weg da hoch finden da durch den Turm noch einen Schuss und ich gucke zurück ähm hier hoch wenn dann schnell bitte also wenn du möchtest oh Gott ich glaube ich sterbe dann immer noch hier unten so sollst du hochkommen okay 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 los hier geht's weiter hier der Typ kriegt hier vor uns her ich hoffe immer ich laufe jetzt gerade richtig lang ja wird schon oh fuck ey die Typen kämpfen da alle unten so ich glaube du darfst jetzt mal eben hier ah hier ist ein Mensch okay hier bist du hat sich da schon leider eng genistet geh du mal vor du weißt dass da eine Bombe ist auf dem Katar ah kannst du das verwenden oder wie jo läuft sehr gut dann mach das mal du kannst du mich verarschen wo denn das macht Spaß Alter da hinten und so da komm ich nicht ran ich hab hier nur den Umkreis hinten äh wo wir hergekommen sind die für echt denn da rankommen so mal du kannst du mich verarschen willst du lieber hier mit Chibielen den gerne tauschen oh warte ich hab oh können wir tauschen bitte nein nein ich schaff das schon okay es ist aber auch ein krachten Menschen wer der macht der Mensch lasst jetzt da hinten lang oder ja der der Kruppel der Katze ja mein Fall schiebt mich wieder nach unten ich glaube wir sollen mit dem Nachmittag also soll ich machen bestimmt macht das besser mehr der Mensch kommt auch zurückgekrochen mhm ich seh's yay Banzai da liegt was zum heilen überall ich seh's nicht meinst du hier auf dem Fels oh ja ich seh's ich versuche mich hin zu ich werde wahrscheinlich sterben auf dem Weg dorthin dann komm ich mal mit runter mach dich bereit obwohl ich mir grad meine Augen fressen will mal wieder ach so mal wieder nein ich will auch nein was macht ihr denn jetzt sagt nicht ihr seid schon darüber ich will da noch nicht nein nein ah wir sind heilen das müssen wir können wir bitte Geld haben ach wie immer die Tochter des Oberbürgermeisters ich habe sie nicht gesehen aber ich weiß wen ihr fragen könntet Peridor er hat diesen Aufstand angeführt aber die Varga haben ihn wieder gefangen wenn ihr ihn befreien könnt dann kann er euch vielleicht weiterhelfen vielleicht die Varga waren auf dem Weg zum alten Tempel tief in der Wildnis dort müsstet ihr ihn finden bei diesem Auftrag ist nie etwas einfach was nein nicht allein das hat gebackt bei dir vielleicht ja ja ich geh bloß zurück zurück nein was ooooh ihr seid so gemein warte verpfotzen ich muss mal kurz meinen Controller abstöpseln ok nochmal ranmachen weil der vibriert die ganze Zeit auch nicht richtig doll immer nur so ein kleines wie so ein Herzschlag so bumm bumm ja schon ok wir sind hier gerade im Glühwürmchenwald ach dein Controller das alt? denn unten ist ein Schlitz also vermutlich auch ein bisschen heilung erst ja ich bin doch da ach dein Controller das auch nein weil der macht das jetzt immer noch ich hab ihn gerade an ich hab nur noch alter ganz ehrlich ich werde einmal getroffen und ich bin tot jetzt mal den Falltypen bist du an den Spalt oder? nö wo bist du denn? ach so ich hab kurz noch hier so mini Pups an Kristall ey oh also so Heilung wär nicht schlecht wie gesagt ein Treffer und ich bin weg oh ok na meine Leiste ist noch fast voll also es geht noch oh heilungsdank oh Gott schon der wahnsinnige Gefahr oh es hat aufgehört zu mir wir haben kein Recht ihr dürft uns nicht aus unserem Heimschlag nicht ohne zu sagen was mit uns passiert fall in den Arsch ok da schon lag so ein Monster was dich schon wieder fressen will und das ist ja schön das ist ja auch du hast du schon leider hier angetatscht hier du bist nur die arme trockene Ruhe das weißt du doch naja schon klar ein bisschen zu hell hier aber ansonsten läuft ach so vielleicht geht's ja hinten noch weiter es war ein dunkler Tag als die Dämonen von Kalamor unsere Stadt angriffen hm was ich hier gekriegt so komische Blub er bat uns seine treuesten Welt hatten in die Wäldnis von Obert zu begleiten um die mächtigsten aller Bestien zu zu begleiten um die mächtigsten aller Bestien zu zu begleiten wir mussten gegen Drachen kämpfen hm mhm der große König hatte einen Edelstein das ist schon ein Drachen und wir mussten den Stein finden hm mhm super ja ausgerechnet ja der Zufel des Drachen schloss sich um mich super schön dann hat er dich hier fallen gelassen der Prolog war ja so ein riesiges Skelett ne ja ja abgesehen davon hast du ja auch ähm überhaupt bei der Anfangssequenz hoffenweise Drachen da rumfliegen sehen stimmt ach sieht so schön aus da hinten da hinten wir sind jetzt im Wald das ist der Tempel ich dachte das wäre eine schöne Stadt oder so hätte ich auch gedacht so ein Schloss oder so ja vielleicht für den Elfen ich meine gut ich bin die letzte Elfen hier aber was soll's die letzte aber vor allem warum ich kann so gut schießen oh Vorsicht ja und er da ja Mann ich verarschen da komm ich klau dir den Ruhm ach du boah kopfarm ja also Minderjährige sollten dieses Spiel hier nicht gucken ja ist das Spiel eigentlich? Ich hab 18 keine Ahnung ich hab nicht mehr irgendwas da ich hau mich bei mir hin oh Gott nichts für dich Au oh Gott das sind ganz schön viele Pfeile Mann dieser Wichser genau in der Sekunde ich kümmer mich um die Drogen schützen Mädel genau so seh ich das auch verarschen ich treff den noch nicht hin wenn ich den treffe hab ich das Gefühl ich treffe ihn immer noch nicht ey da kommt doch grad einer hergerannt wenn es sich beruhigt das beruhigt mich auch so sehr oh Gott ich bin gleich tot du hast doch was so wiederbeleben war warum gehst du denn nicht in Deckung wenn die schießen? das sieht man doch eigentlich ich geh doch in Deckung die schießen doch alle 5 Sekunden hier rum ja aber du siehst das doch wenn der Pfeil direkt auf dich zukommt ja aber wenn ich in dem Moment gerade irgendwie rauskomme aus meiner Deckung ist das blöd ja gut dann ist das machst du das einfach ein bisschen ungünstig danke und wie zieht ihr auch immer auf den einen wo ich nichts drauf ziehen möchte weil der sich die ganze Zeit versteckt und denn der da hinten schießt immer ne ja ja treff ich da überhaupt hin? ja treff das war ich grad ich wir beide so komm raus lebt der andere überhaupt noch nein ich glaub der ist drauf komm Alter ich treff ihn nicht geht mir auch genau so ey das ist jetzt hier grad so the last challenge hier auf Doom oh jetzt kommt der dazu sein ich auch Gott ja man ok wollen wir uns vorwagen ey das ist mein Verteidigungsbaum hier meine Deckung hier stirb lieber anstatt hier irgendwie in Deckung zu kommen ja gut ich hab eins anscheinend da ist noch einer sind das Feine gib uns Feuer oder so hab ich grad gehört ich glaub da ist einer Raucher war jemand Feuer? oh da sind sie ah der Typ hat sich versteckt der ist gar nicht tot gewesen oh Gott hier rennen grad ein paar wahnsinnige durch die oooh au sind das jetzt wieder die 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 nach der Weile erst explodiert das weiß ich nicht ich hoffe eigentlich nicht oh Gott ich würd schon immer von dir so'n bisschen da hab ich grad da hab ich grad woher zu gucken hast du es doch ganz gut au oooh kacke das ist so'n Wichser ey das ist so'n Wichser ey hat er schon auf ihn gezielt und dann gut so der hier ne? ja ja ok gut dann trau ich mich mal raus hier ah es kommen noch mehr oh fuck ja wenn du mich hättest oh ja oh ja ich bin so badass ey badass bin ich brauchst du noch was zu wiederbeleben oder hast du noch ich hab ich hab ich bin so badass aber mein Controller vibriert gerade ah das hat meistens wenn dann auch im Gegenteil ja meiner vibriert jetzt gerade nämlich gar nicht schütteln dann passt vielleicht ich hab mal hier eben das Teil kaputt ok ist sinnlos obwohl doch ich glaub ich behalte erstmal das schnellste das sollte funktionieren deswegen bin ich in diesem Geschäft ah ja ach so ich dachte das kann man kaputt machen willst du das hier machen? pff ich hab mir grad eh nichts genommen ich hab mir eh nichts genommen oooooh ja shiny warte mal was bringen das wollen wir mal schnell ja passt schon ich hab jetzt wieder so ne coole Eis-Axt du 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 ach komm dann gehen wir weiter hier ich wette ich werd es bereuen dass ich mein Schwert weggeschmissen hab weil es war das stärkste Schwert was ich bisher gefunden habe hm aber da ich mit dieser Axt hier viel mehr Schaden mache naja das können sie nur gemeinsam schaffen hier das finde ich voll traumhaft hier so wie so Dream Team wir müssen synchron springen naja ist das keine Olympia-Dingens wir sind nicht allein ach you don't say kommst du nur da haf auf also das ist irgendwie so ein richtiger richtiger Einstein bist du hey ich glaub hier ist irgendjemand außer uns in diesem Wald hey ich glaub es gibt hier Tiere wirklich nein und wie gibt's ja ich keine Tiere in diesem Spiel doch Hunde hat man immer mal gehört gehört ach und Hühner Hühner gibt es ja Hühner gibt's nicht stimmt aber da hat's schon irgendwie schon aufgehört irgendwie keine Ahnung nein du bist jetzt hier in Deckung woher du witzig alles klar ich bin tot in 3 zu ha hallo genau der Sekunde war ich trotz erledigt ich bin weg das ganze Level von vorne was du kriegst du mir oh kack genau ich mache ich mal da auch okay gleich nochmal hier schau mal noch Fünf Minuten haben wir noch. Hä? Ne, locker. Fünf? Bist du denn schon wieder auf? Wieso? Du mit den kurzen Parts hier. Biete doch mal den Leuten mal auf. Nö, weil du gerade gesagt hast, noch fünf Minuten. Da haben wir ja noch locker, wohl nicht. Ja, locker locker. Zehn Minuten haben wir noch. Sch. Ich hab mal einen Bogen. Nein. Nein. Ich will zurück. Ich hab mein Schwert wieder. Das war Schicksal. Können wir noch mal zurückspringen, bitte? Nein. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich hoffe, wir sterben nochmal. Was soll das bringen? Einen stärkeren Bogen. Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Ich bleib jetzt hier. Ich warte hier. Nein, nein. Nein. Hör doch auf. Nimm bitte das da. Boah. Sag mal. Nee. Ich hab meine Aktion. Nee. Warum hab ich jetzt... Nee. Hatte ich nicht gerade noch getraten? Wir haben geschlagen beide Kuh. Aber ich werd getroffen. Verarschen. Oh Gott. Verarschen hier. Verarschen hier. Der legt doch noch. Oh Gott. Du hast schon wieder so ganz großer Netter. Ich glaub ich sollt die Tür weg. Verkaziert, verkaziert. Ok. Ich sterb aber doch bei sich. Ich versuch dir jetzt los mit mir weiterhelfen. Fuck. Oh jetzt. Oh Gott. Krabbler. Danke. Herrlich. Oh, er ist fast weg. Okay, er ist weg. Boah, diese scheiß... Oh Gott! Ich schlag ein bisschen in der... drum. Scheiße, 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 Scheiße. Oh, gut. Gut, dass ihr euch gegenseitig töten wollt. Ich bin gleich tot. Hast du noch was zu wiederbeleben? Ähm, warte, warte, warte. Ja, hab ich. Oh, der ist gleich tot, ey. In dem Moment hat sie dann vorne von meinem Gesicht trug. Irgendwann. Ich brauch dringend was zu machen, ich bin wirklich gleich tot. Kannst du das zum Wiederbeleben mal aufheben? Wohin? Da liegt doch eins direkt. Das lag doch direkt vor dir gerade. Gib doch noch mal einer. Ich glaub, das ist... Schicksal. Ich nehm mein Schwert wieder. Ich nehm mein Schwert wieder. Ich nehm mein Schwert wieder. Das gehört jetzt nicht. Ganz ehrlich. Die Leute wollen, dass ich mein Schwert nehme. Das gab's nämlich hier gerade. Ach, und übrigens, ich glaub, der Controller geht immer so ab, wenn man fast tot ist. Oh, okay. Möchte ich bemerken. Das hatte ich schon mal irgendwann. Hier liegt übrigens jetzt Mana rum. Was? Hier beim Feuer. Beim Lagerfeuer. Da war noch was zum Kaputtmachen, hab ich gar nicht gesehen. Hm, nicht was. Was? Mana. Hier ist noch was zum Kaputtmachen, falls du ne Waffe willst und so. Eigentlich schon bin ich viel. Das komische, die mich das Schwert nicht. Oh. Ich hab mein Schwertfeder. Ich bin glücklich. Da kam jetzt irgendwie irgendwas überhaupt raus. Ich glaub, da kamen maximal, wenn dann irgendwie ein paar Pfeile raus, aber das war's. Okay, ich geh mal hier links lang. Hier ist ein Tor. Hab ich erwartet. Nee, mehr, mehr. Wir sind reich. Okay. Sieht echt nice aus. Dann schleppen wir die ganze Zeit mit rum. Achttausend noch was Gold und wir rennen hier, keine Ahnung. Vor allem du, wo versteckst du denn das Gold? Ja, ich? Okay, wollen wir runter, oder? Festhalten? Wie jetzt festhalten? Was soll ich denn da gucken? Wollen wir da rein, oder wo? Kannst du was gucken? Kann ich auch gucken? Okay, los runter hier. Jetzt ist er wohl hier. Mwahaha. Mana. Ja. Oh, hier gibt's jetzt einen Punkt. Mhhh. Na ja, jetzt hab ich. Du hast das zum Wiederbeleben aufgehoben, ja? Ja, natürlich. Ich weiß echt nicht, was man jetzt hier bekommt und was nicht. Das steht. Hier sind Pfeile. Nimm ich jetzt den angeblich ausgerüsteten ist Mittler. Obwohl ich schnell schieße. Okay, wir sollen da rein. Warte. Das ist jetzt ein langsamer, den ich hab. Warum liegt hier so viel zum Wiederbeleben? Was passt? Oh Gott. Nein. Warum hab ich gefragt? Ich wollte es grad. Oh mein Gott, was kommt? Während ich hier noch schon rumspiele, ja? Ich hasse dich. Oh nein. Du kleines Schweinchen. Ernsthaft? Verdammt. Wo ist er? 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 Von überall! Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Jaaaa. Das ist schön. Ich bin.. ich bin hinten noch ein bisschen so rum. Oh mein, das ist ja noch so einer. Fuck, fuck, fuck. Schön, dass du da hinten so rumspielst. Fuck, 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 fuck! Oh! Also ganz ehrlich? Fuck, du weißt! Oh! Oh! Mann! Woah! Oh kacke, runtergefallen, ernsthaft! Oh Gott! Oh was, was ist das hier? Ah! Oh Gott! Oh Gott, bin ich dem nicht! Okay, ich bin wieder overpowered. Ich hab schon gedacht, dass du das übernimmst. Ich hab das gar nicht mitbekommen, was das da ist. Ich hab gar nicht mehr mitbekommen, wo die hier überhaupt herschießen und wohin. Aber warum wollt ihr denn? Alter, da hinten! Wolltest du das? Hast sie nicht an! Gut gemacht. Ich brauch echt irgendwas effektiveres. Die hat vollkommen recht. Mich kotzt es ja total an mit diesem Scheißbogen. Oh! Hier war noch was. Das hab ich nicht gesehen. Mach nicht fertig! Mein Bogen ist scheiße wie kacke und kacke wie scheiße. Also wenn du das hier so... Boah, Mann! Boah, Mann! Boah, ich hab zu dem Buch was auch für dich da. Was? Ich muss sofort hier jetzt. Ich bin übrigens voll schlecht hier grad. Und tot. Nein, 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 nein! Fuck! Fuck! Warum kann ich nicht? Doch, jetzt kann ich nicht. Danke. Er stört mich wieder. Huch! Oh, was macht denn die hier klar? Hier unten liegt was zum Heilen. Oh Gott, da kommen noch mehr von oben. Und hier oben liegt was zum Wiederbeleben. Nein. Aber ich seh's. Oh Gott. Da kommen nur noch ein paar 5.000 mehr her. Oh, passt schon. Ich kann eh nicht sterben. Ach, you don't see. Von daher ist das ganz entspannt hier für mich. Oh, er fühlt mich auch gleich wieder. Ups. Ich will den Kill. Verdammt. Sie schießen nach uns! Verdammt! Das war's! Was soll ich sonst machen? Soll ich stehen bleiben? Ob du guckst? Nee, aber... Ich krieg einfach nur auf die Fresse. So macht man das! Ich wollte ihn mit nem Bogen aussuchen. Und wir retten einfach weiter. Ja, ich wüsste ja nicht, dass die Gegner kommen. Ich wollte mir nur das Ding da angucken, was da oben war. Ist das überhaupt nicht abzusehen, dass da Gegner kommen, oder was? Nein. Weil... Weil... Dann renn mal runter. Ich wollte ja das verheilen. Ich hab mir das schon längst geholt. Ach so. Das kann ich doch nicht wischen, Mensch. Ja. Aber hast du dir wieder was zum Wiederbeleben geholt schon? Ja. Oh Gott. Sie hat mir einer aufgenommen hier. Ich glaube, das war's eh grad irgendwie zufällig. Und du hast das hier kaputt gemacht. Sehr schön. Es tut mir leid. Ja. Das war's. Daran könnte man sich gewöhnen. Hier ist mal was zum Kaputtmachen. So. Wo sollen wir denn jetzt laut Karte lang? Wir sollen nämlich da durch. Hä? Hab ich jetzt einen Schnellen? Gut. So. Nein. Dann war das hier ein Optionales, oder wie? Hier hinten. Oh, ist das hübsch. Das ist ein schneller. Okay. Ich glaub, hier ist ein optionale Quest. Oh ne. Vergiss nicht. Dann ist das der Mittler und das ist wieder der Schnelle. Aha. Der ist viel besser. Bisher. Oh Gott. Ich wollte meinen Mann retten. Parador. Er führte den Aufstand an. Doch dann haben sie ihn gefangen genommen. Ich glaube, sie halten ihn in einem Vaga-Lager hinter dem Tor fest. Lager-Lager. Lager-Lager. Lager-Lager-Lager. Titten. Ah, jetzt haben wir den Helfenden. Hey, jetzt bin ich hier. Wie ist das? Ich hab grad den Bogen noch aufgenommen, ey. Ach. Guck dich nicht so. Das ist noch kacke wie kacke. Hallo? Achso, ist zum Kaputtmachen. Mensch. Hier liegt mal an. Ist mir selten, aber irgendwas hier drinnen machen eigentlich? Ähm, weiß ich nicht. Weil sie gerade meinte, ja hier, helft mir und so. Vielleicht muss man hier noch irgendwo lang. Ich seh grad auch nicht wirklich wo. Hier ist die Olle. Ich glaub auch nicht. Also das hier ist kompakte Höhle. Na gut. Er hatte so in die Richtung geguckt, deswegen dachte ich, die Richtung hier ist in Ordnung. Wenn man hier lang geht, aber anscheinend. Ich hab mir doch einen Pfeil im Rücken stecken. Gut. Oder? Ne, ich glaub das ist mein Bogen. Ne, ich hab doch. Einen Bogen hab ich doch. Hab ich zwei Bogen? Ne. Zwei Bogen? Ich glaub das ist der Schild, der so aussieht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich annehmen soll. Starke Waffen hin oder her, aber das bringt mir ja nichts. Ich hab ja niemanden starke Wache. Ich hab immer so einen schnellen Bogen und so, ja hier 32, komm. Ja ne, aber bei mir ist hier immer so, ich seh immer Waffen, die haben über 100 Punkte. Mein Schwert hat jetzt, warte, wie viel? Also Angriffspunkte, mein Schwert hat jetzt 40. Aber ich komm mit dem Schwert einfach besser klar. Hm. Deswegen werd ich das scheiß Schwert benehmen. Achso, willst du mal Schluss machen? Hm. So. Weil es reicht ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschu.